Yes, weil doch Orange erkennt man. Hello! Er klaut mir den Bus. Und geht nicht mal zum Ball. Oh oh. Oh man! Mach keiner was. Er sieht einfach nur drunten. Da fahren sie einfach. Guck mal da, Stefan steht im Tor und macht nichts. Ja ich hab, ich wollte es zu uns verweilen, weil du meinen den Klaut hast. Du standest mitten vor dem Tor, da sind keine Wusts. Ja, deswegen wollte ich jetzt ein Wust machen. Nein, du schaffst es doch schon. Es gibt wieder kein Uprank heute. Wollt man nicht. Jetzt, mach doch! Er macht nicht. Sehr gut, sehr gut, ja. Ich fahr schon wieder hin und hinterher. Es gibt schon wieder nichts. Boah, krank. Ja, der Gegner, der Gegner ist in mich rein und dann hab ich kaputt gemacht. Der hat mich weggerammt. Achtung, der geht. Ach man, ey. Du hast gesagt, du bist Torwart. Was für eine Kacke, ey. Fährt er in mich rein, um selber zu explodieren? Ohhhh. Und da war ich schon zu weit. Es ist zu kurz. Die ist weg. Ich hab ihn weggemacht. Nice. So good. Lululululululuuu. Wuhuhuhu. Wuhuhu. Wuhuhu. Dann hast du schwer für die Mission Stefan. Ich hab den weggebracht. Ah. Ich hab die 0 Punkte Mission. Ah, schade. Keinen Torwart mehr gehabt. Nein! Oh, nö! Was war das? Ich kann nicht gerade, ich hatte 0 Böhm. Musst du mal deine Federung ein bisschen neu einstellen, glaube ich. Das Waffeleis neu ausrichten. Please! Perfekt zum Michael passt. Ah, ist schon gut. Nein, er wuppt ihn. Nein! Ich bin zu weit runter. Bitte! Nein! Da kommt der Gegner noch! Ich weiß nicht, was er macht. Ja, ich steh halt auf der falschen Seite des Balls. Was soll ich da machen? Kann ich nicht. Entweder einen großen Bogen fahren, dann ist der Gegner wieder am Ball. Oder nichts machen. Probieren den langsam aber sicher an mir langzudritten. Nein! Nein! Die sind aber auch viel zu gut für die Gegner. Weil so gut sind sie gar nicht. Nicht so krass zu gut. Wie manchmal. Oh! Ah! Da war ich nützlich. Oh! Da nicht. Oh! Schon. Wäre ich gewesen, wenn ich nicht Krampform wäre. Puuuuuush! Jetzt ist er mit dem Ball. Nein! Aber da ist dann noch der zweite. Der Grüne. Der hat ihn für uns in die Mitte gelegt. Oh, das war gut gemacht von denen. Aber dann schlecht. Bisschen hakelig dabei. Ja, super. Und jetzt. Ah, cool. Da fahr ich halt an den Pfosten. Haha! Ups! Was? Oh, was? Oh, was? Oh, my God. Nein! Ich hole in die Kaka! Mann. Schade. 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 Er zerstört. Wo ist der Fuß? Ich treffe weder den Ball noch die Gegner. Ich habe mal so eine Haufe. Das wird nichts. Das wird nichts. Jetzt, jetzt, jetzt. Ah, der haut sich raus. Ach kacke. Joystick weggehuscht. Das gibt nichts mehr. Jetzt müsst ihr nachhaken. Ja? Nein. Wieder kein Aim. Ah, er haut den Hand auf. Es war keine aimige Situation. Er muss sich einfach auf die Ball. Stefan, da hörst du es. Es war keine aimige Situation. Ja, ich hatte nicht die Zeit zu aimen. Ja, nicht. Da, momentan in der Klasse selber 3 Liga 3. So eine Scheiße. Ja, die waren aber auch zweimal gold. Toll. Kageyama, 2 Minas. Ja, das ist weg. Er ist weg, also. Oh! 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 Aber Micha ist zur Stelle! Man sieht nochmal schön was Sorry gemacht hat. Das ist halt wirklich... Er sucht sich halt auch intuitiv die Stelle heraus, wo der Fall ganz weit oben in den... Jedesmal. Jedesmal. Wirklich. sehr gut! Boah! Boah! Nooo! Wie? Ja, aber wie haben wir das geschafft? Das war ja der Upgrade des Stoppings. Da hakt er bald schon wieder. Ah, 36, da verstehe ich die Lacks. Oh, Kraft da, ist doch reisend. Oh, oh, der geht rein, der geht rein. Oh ja, stopp, aber auch nix. Gut. Ja, ich kann nicht mehr von dem Ball. Dann musst du einfach nach hinten. Guck, da riecht es gut. Ja, da hält er auch noch an. Einfach nach hinten springen. Wie soll ich denn da vor den Ball kommen? Einfach nach hinten springen. Ja, ist sehr wichtig. Wohlpunkt. Ach, der kleine Tobio, ey. Boah! Boah! Nein! Nein! Mir geht nicht. Der besteht doch. Alter, ey, die schießen aber auch aus jeder Ecke so aufs Tor. Was ist denn das? Entire... Entire... Sch... 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 Scheiße... Uno Army. Hallo. Ach... Guck mal. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Der... 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 Der Torwart! Was machst du denn, Fabian? Du fährst einfach ohne Ball einfach ins Tor. Ja, ich dachte... Du nimmst dich schon mal selber aus dem Spiel, ne? Ne, ich dachte, ich muss noch da hin. Den Torwart töten, aber... Der war hochgesprungen. Nur mit Out of Order. Au! Es war krachdurch. Oh, dieser Kacktorwart da! Nein! Hätte ich... Wär ich mal gedriftet. Wär ich mal da rumgedriftet. Aber nein! Schäfer zieht ja die Gegenden so. Okay. Mh... Nur müssten wir auch mal wieder spielen. Ja. Warum? Warum? Oh! Oh... Blöd? Ja. Ich hab die ganze Zeit keinen Duß. Oh... Dann hab ich Duß, aber ich hab der Ram. Och, Mann! Ich hab mich mit drauf. 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 auf, ich hab noch mal ein. Oh, die Uhr zu spät. Oh, schütz! Oh, ich hab' dich mit drauf. Oh, ich hab' dich mit drauf. Ich hab' dich mit drauf. Ich krieg den Ball nicht mehr. Rrrr. Sinn. Raus. Ha! Das haben wir aber lustig gemacht. Warte weiter. Nein! Geil. Ah. Da kommt der D-Rank. You deserve it. Ja. Hahaha. Hahaha. Oh. Scheiße. Scheiße. Wir sind doch gar nicht so gut. Ich verstehe nicht warum wir den Ball nicht nach vorne kriegen. Ist schon wieder bei uns. Ach mann. Ja und das Tor, man macht halt nix. Du machst nix. Ich verstehe es nicht. Guck mal da, wo bist du? Wo bist du? Nö. Wirst du was du? Was machst du? Ich hab versucht den Ball noch zu bekommen. War kacke. Nö. Doch. Hahaha. Hahaha. Warum? Because we got going? Ich... 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 Mach's auch kacke. Guck da schon wieder. Scheiße. Und dann schubst er mich ins Gegnertor, ne? Ja, ja. Ja, ja. So kenn ich ihn, so kenn ich ihn. Immer auf die kleinen Schwachen. Guck da. Sie treffen halt von dahinten das Tor. Was ist denn das? Aus jeder Kackposition. Der Hinato Shoyo. Was ist das für ein scheiß Smurfer? Nein, wir fahren einfach so anderen dabei. Ja, ist ganz egal. Von dahinten trifft man das Tor nicht. Ja, wir haben den so Brenn... äh Brennball, ne? Ist unglaublich. Cool. Ja, cool. Merkt mich. Beide. Hahaha. Hahaha. Guck mal. Guck mal, ich. Ich. Ja, der Ball, der ist erst nach rechts. Der ist nach rechts abgeprallt. Und dann dachte ich, er fliegt weiter. Aber nein, er bleibt direkt liegen. Hahaha. 1 zu 7, ey. Watt du Schmaa. Hahaha. So. So hab ich mal, ne? Okay, könnt ihr euch schon dran erinnern, an diesen Moment, wo es 1 zu 0 für uns stand? Nein, das kann nicht in diesem Spiel gewesen sein. Hahaha, doch. War ein guter Moment. Ein guter Moment. Ja, der Torwart, die haben halt auch noch nen Torwartskram, ne? Ja, der hat doch sehr viel zu tun, muss ich sagen, in dem Spiel. Ja, der ist jetzt nicht mehr im Tor. Ja, guck, anschauen. Schauen. Schauen. Ja, der war der Witter. Was sind die beiden? Ja, der kommt nicht mit, Mann. Okay. Wann war das nicht mit? Ja, doch. Dann irgendwann. Aber... Wann war das nicht mit? Wann war das nicht mit? Wann war das nicht mit? Ja. Guck dir diesen grünen Haufen da an. Alle Hampeln und Ballen hinterher. Ja, ja. Ja, weg mit euch, komischen... Weg! Macht euch weg! Ja. Ja. Guck dir das an. Die waren unranked und trotzdem besser als Gold. Ja, ich sag doch, das sind Smurfs, ey. Was ist das? Kommen irgendwie aus ihrer Diamond 2 gegen 2 Spieler League und dann... Machen die... Oh, wir tun so, als könnten wir nichts. Und spielen scheiße, aber gewinnen trotzdem mal so nebenbei. Ja, ja, ähm, schießt daneben. No aim. No aim. Okay. Ey, komm, Alter! 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 Ach, da komm ich nicht dran. Du musst das machen. Vor allem sagt er, du musst das machen. Hallo, wo ist denn da? I'm coming! Du musst das machen, sagt dem 3x3. Guter Schuss. Das war kein Schuss, das war ein Reingeschiebe. Warum? Echt? Ach, er kriegt auch noch den Goose. Ich weiß, ob er nicht schnitt irgendwie. Nein. Was ist das für ein Schuss? Ein Schusschen! Oh, Glanzparade. Ich werd halt weggemacht. Das ist schlimmer als 3x3 weggemacht zu werden. Ah, Mann! Ich muss dich kurz in den Ball schubsen. Jetzt nach vorne! Ja? Nee. Nee. Yes! Oh nein, er springt vor mir hoch! Oh nein, er schafft es! Ihr seht nicht weg! Er springt unter mich! Wie geht das denn? Weißte? Weeeeg, Taurus! Ich bin echt keine Hilfe, sagt der Michael, ich bin halt keine Hilfe. Michael sagt, ich bin keine Hilfe. Von jemand, der keine Hilfe ist, brauchst du auch keine Hilfe zu erwarten. Halt die Goschen. Halt du die Goschen? Halt du doch meine Goschen! Oh mein Gott! Was? Das war in der Haare. Nee! Alter, ich musste über den Gegner drüber springen und war in der Luft. Ich konnte gar nicht. Wo soll ich denn da aimen? Ich wollte, Hauptsache ich komme noch an den Ball ran, dachte ich. In der Luft kann man die Richtung nicht einfach ändern. Ey, ich kann nicht driften. Das ist doch was. Bist du nicht der Drift King? So, Mitte. Nein! Doch! Der Ball ist immer weiter weg als ich dachte. Macht weg! Ja, den hätte ich vielleicht sogar auch aufhalten können. Ja, vielleicht. Ja, ja. Ja, ja. Ich stand schon hinterm Ball und war schon... LOL! Nein! Der lupfte! Ja, wir wollen von Fabian drankommen. Ja! 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 ųu.. Uuuu! Oh jeeje. Da hat sich Stefan mit ihren arschbilder ausgefawkt, sein a-game. Da hat er ihn natürlich ganz konsequent rein gemacht. Jaaaa... Ah, guck mal. Ja, noch von näher. Aufklage rein. Bitte? Ja. Das hält an mitmachen. Hat der Wallhack? Ja. Boost-Hack gibt's das nicht? Mit Cheat-Engine mal probieren. Und dafür gibt's halt keine Parade und nix mehr. Der Ball war zwischen mir und dem Gegner eingeklungen. Wär aufs Teuer. Ich war ja da. Warte. Was? Ja, der Ball ist in der Mitte. Der Ball, der springt ja nicht. Ja, springt der nicht. Da bleibt der am Boden, um diese Wölbung da mitzunehmen. Gott, guck. Ja. Was? Was? Oh, da hab ich ihn gestopft. Gestopft. Cool. Da ist der Luz. Da ist der Luz. Oh mein... Probably no Luz. Baby, hey dude, baby. Yes. Okay, noch ein Spiel drin, dann sind wir genauso gut wie vorher. Die waren schon wieder besser. Ja, du stehst ja auch kurz vorm abranken. Ne. Den hat er sich auch mehr als verdienen, Stefan. Zwei Spiele. Was hast du eigentlich für ne Liga? Bei. Ja, siehst du mal. Vielleicht kann dein Bruder dir ja mal ein paar Tipps geben nach der Saison. Gewinnen. Einfach gewinnen. Ich hätte einfach nie mit Icke und Sam spielen sollen. Ey, mit denen hab ich aber auch gespielt. Das erfolgt dich jetzt noch. Oh, ich muss ja suchen. Ich hatte nur Icke. Das ging doch. Ne. Doch. Ja, bei euch nicht. Ey, das muss richtig vorstellbar gewesen sein. Fabian, Icke und Sam. Ja, aber das war halt so... Wir waren nicht so richtig eingespielt, sag ich mal. Ist das eigentlich was Schlechereres als Bronze 1? Hello Tom! Nein! Das war doch nicht. Na, das wär ne aimige Situation gewesen. Ja, das war ne richtige aimige. Und das kann ich auch eigentlich. Das war richtig, richtig scheiße. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, Toa. Good? Hallo. Auwe. Ja. Oh, yo. Tom Cruise. Cruise Missile. oh, lass mal los sein. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, der erste Stachel trifft direkt. Oh, mein Gott. Ich muss die ganz schön krass nach vorne spielen. Yes! I'm very good! Fuck. Oh, der ist schön, der ist schön. Wow, dann habe ich sogar wieder rausgenommen. Fabian, ist weg, jetzt kannst du reinfahren. Was? Ach nee. Nein, da wollte ich zu viel. Da machen wir irgendwie nichts. Dann kommt der Intel wieder. Ja, ja, Intel. Nein. Ach, das gibt es doch nicht. Ja, Michael schubst mich halt. Da, wir sind. Da fahren sie beide vorbei. Ja, Stefan, sie haben beide vorbeigefahren. Ups, I lost the controller. Nein. Oh nein. Oh nein. I lost the controller. Ich würde mir das vorstellen, Michael sitzt und lässt einen Controller unter den Tisch fallen. Ups, I lost the controller. Aber Michael, ich habe gelernt, auf Schiff kann man so driften. Kennst du das? Ja. Alter, das ist mega krass, ne? Ich habe das auch nicht gelernt, wie das so schick ist. Ja, ich wusste das nicht. Bis letztens, als wir zwei gegen zwei gespielt haben. Und jetzt kann ich halt immer so krass driften, ne? Jetzt komme ich halt auch mal hinter den Ball so manchmal. Wenn du benutzt das nur, wenn du ihn genauer wiegen würdest. Hä? Äh. Weißt du nicht, ich habe gerade gesagt, weißt du nicht. Mann! Mann! Fau. Nein! Warum? Ja, der wurde weggenommen. Nee, das war diesmal nicht Michael. Oh, das sah aber so aus. Ich weiß nicht, ich war ganz normal dem Ball hinterher. Auf einmal fliege ich nach Schiff. Ja, Michael, was machst du? Ja, du hast halt den Ball nochmal angestoßen. Ich hatte wirklich gute Chancen zu treffen. Ja, ja. Ja, klar. Oh nein, kein Boost, keiner von mir. Fabio, bist du? Ja, wo bin ich? Vorne ohne Boost bin ich. Wo, Fabio, wo bist du? Ey, ich wollte das nur wissen. Ja. Ich wollte es nur wissen. Ich bin mit dir. Ich stand bei dir beim Stoppen. Ich wollte es einfach nur wissen. Ja, okay, habe ich doch gesagt. Loll, der war ein Eigentor. Eigentor? Ja, wer macht denn ein Eigentor? Wer war das denn? Entweder ich oder der, aber ich dachte, der hat den nochmal gewillt. Ja, der war das. Oh. Tom Cruise, why you do this? Eigentor? Hast du einen Knick in der Optik oder was? Ja. Ich war mir auch nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall kein Fail Eigentor. Miss ja nur. Hallo? Stacheln! Yes! Beine blieben mich hellen, oh was. Abgestachelt. Wie wäre das denn hier gemacht? Ja, ja. Das Movement ist schon... ... ... ... ... ... ... ... ... Oh, war das laut. Du hast dir halt einfach nur angeguckt. Du hast dir einfach nur angeguckt. Du hast dir einfach nur angeguckt. Ich wusste, ich komme da nicht dran und dann bin ich schnell zur Seite. Also. Aus Versehen. Während du den Ball spielen wolltest. Ja, ja. Okay. 1,34 nur mal überleben. Okay. Okay. Mach ich? Ah, ja. Aber nicht, nicht gut. Aber immer noch getroffen, ne? Haha. Ups. Oh, schön gemacht. Ach, Mann. Die schubsen alle. Nice. Wow. Torreiches Spiel. Oh, okay. Rückzug, Rückzug! Rückzug! No, you cannot. E representations. Oh, Gott! I have to boost. Oh, no! Oh, no! Oh, no! Eckart! Ja, den kann man stacheln, wenn man will. Michael, das war's. Wieder mal abgestachelt. Gestachelt. Hier ist die Aufgabe. Da, Schutzengel bin ich nämlich, ne? So, da steht's. Ah, okay.